Nam Nam ist da, um mich die letzte Runde zu nerven. Beziehungsweise nein, nicht zu nerven, eher zu ärgern. Jetzt bitte abdancen, weil das genug hat gedanzt und er geht erneut für die weiteren Simbits. Hätte ich gewusst, dass der Jebeid-App für dich so beliebt ist, hätte ich den für Kanalpunkte reingehauen. Einmal bitte Licht hinter dir, Foxy. Genau. Einmal bitte. Oder wenigstens einmal leuchten zu mir hin. Oder so. Dankeschön. So, dann schau ich mal nach Orbs, oder? Ich schau nochmal kurz nach Fingerabdrücken. Ich hab sie jetzt erstmal nur so dahin gestellt. Aber gut. Was? Wo schwebt die? Die schwebt nicht. Bei mir steht die da ganz normal. Lass sie erstmal so stehen. Wir schauen das mal. Bei mir steht der halb in der Wand. Loll. Ja, bei mir halt auch. Wir schauen das mal. Oh nein, die Kamera müsste nochmal angemacht werden. Ich hab die scheinbar ausgemacht versehentlich. Ne? Oh, Orb, Orb, Orb. Wer auch immer da gerade vor der Kamera steht, ist es ein Orb über deine Kopfcam gewesen. Hä? Wir hatten doch keine Fingerabdrücke. Nein, das war keine Box. Ach so. Also ich denke, dass es ein Poltergeist wird, weil es so viel solche gegengeschmeißt, aber meine Meinung. Was hatten wir denn noch? Poltergeist, Ware oder Gin. Nein, was hatten wir denn noch? Box? Ja, Box. Okay. Es wurde nicht durchgesagt. Bei mir nicht. Bei mir kam es nicht an. Eine Mär kann es nicht sein, da bräuchten wir Gefriertemperaturen für. Tür. Fingerabdruck. Fingerabdruck. Fingerabdruck, wir brauchen ein Fotoapparat. Ich komme. Fingerabdruck. Ich geh für die Dive. Reicht nicht auch ein Schein? Hier einmal an diese Tür. Wieso hast du jetzt eigentlich schon wieder eine UV mit? Es reicht doch einer. Ja, warum nicht? Weil eine reicht. Ja und? Das nervt mich aber, wenn da zwei Leute auf einem Fleck stehen. Um nach dem gleichen zu gucken. Ist dann immer so, als wäre die zweite Person total useless. EMF wieder. Kurze Fixe. Haben wir alles schon drin. Gib uns ein Zeichen. Ein Zeichen wollen wir. Gib uns ein Zeichen. Ein Zeichen wollen wir. Da stand... Das war laut. Okay, die Aufgabe haben wir erledigt. Genau. Was? Guck mal da. Hä? Was denn? Hä? Was denn? Was denn? Hä? Hä? Was denn? Das meinst du. Und wieder EMF. Machst du? Gut. Braves Mädchen. Nein Spaß. Richtig. Deswegen stellen wir es ja auch hier vorne hin. Okay. Okay. Mach du mal bitte. Nein, warte. Ich muss noch einmal versuchen. Ey, du bist schwanger. Ey, du bist voll schwanger. Ja, dann werf das Ding doch jetzt. Jetzt bist du nicht mehr schwanger. Yay, ich hab's geschafft. Wie alt bist du? 6? Nur? Okay, also der Geist ist angeblich 6. Der Geist ist angeblich 6 oder 66? Kurze Fixe ausgelöst, kurze Fixe ausgelöst, kurze Fixe ausgelöst. So, wie das gespame? Beeilt euch, der ist gerade die ganze Zeit auf 10 hoch. Ja, und der wird die ganze Zeit hatten, glaube ich. Der ist permanent auf 10 hoch. Poltergeist halt. Wir fahren, wir fahren, wir fahren, wir fahren, wir fahren. wir fahren, wir fahren. Genau, foxy fucking tucked.